Wahnsinns Die richtig zu lesen Und Gustavo Zuboi Holt sich den ersten Satz Schließt ab mit einem Netzball Allerdings auch In diesem ersten Satz schon getan hat Und wieder Glück Dadurch natürlich Gegen ihn sowieso sehr sehr schwer Erstmal ein Spiel zu finden Mit dem besseren Ausgang Für Simon Gousy Und zweiter Fehlaufschlag In diesem Satz von Gustavo Jetzt beim Stand von 3 zu 3 im dritten Satz Gut Und Simogo, sie kann auch diesen Satzball abwehren, allerdings mit ein bisschen Glück. Ich glaube, ein Gegenspin war da mit der Kante getroffen und dadurch jetzt und er kann seinen ersten Nutzen. Ganz, ganz starker Ball. Und Gustavo Zuboi wusste gar nicht, was er mit diesem Ball machen soll. Simogo, sie holt sich. Ja. 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 Ja.